Opa, ist schwer. Ja, es sind fast zwei Kilo Honig drin. Krass. Da sind es zwei Kilo jetzt. Ja, also anderthalb locker ist es eher tendenziell zwei bei denen. Wie schlägt man so etwas ein, Scherz? Jetzt gibt es gleich weiter. Hier, Fabinen. Fast alles ganz gut. Die Großen, da ganz rechts zum Beispiel, ist eine. Greif mal rein. Was haben die Drohnen sonst für eine Aufgabe? Die Hauptaufgabe ist, wie gesagt, der Hochzeitsflug. Sie helfen aber auch, die Brut zu wärmen. Dass das so draußen hängt. Aber sind die jetzt am Fressen wegen dem Rauch? Zum Teil schon. Wenn sie die Köpfe in dem offenen Bereich sozusagen haben, dann schon. Dass der Honig da nicht rausläuft.